Meine Damen und Herren, Herr Präsident, die heutige Frage des Internetseins-Tatspreises zu achten, sind gestattet einer Zeit, in der wir den Bedürfnissen wieder zu stellen, wo wir uns herausfauen wollen. Sind die Mechanisten, die uns sehr ungeschafft, wenn ein feinsteuer und kräftig auf bestimmten Zeiten klarträgt oder müssen wir feststellen, dass die Probleme oder der Abschiebung und wirtschaftspolitischer Grundsätze letzten Endes sogar an den Fundamenten des Gemeinschaften und die Welt des Europa überwinden? Sicher ist, dass höchste Maßnahmereis gefordert wird. Aber ebenso sicher ist, dass wir Vertrauen können auf Menschen, die für uns zu seiner Bibel der verträglichen Einigung verantwortungsvolle Entscheidungen bringen. Ein Mann, der mit Leitenträgen für Auge der Leute ausgestattet. Meine Damen und Herren, du wirst für jeden in deiner Familie besonderer sein. Vielen Dank für die Büsse. Und es ist noch so, dass wir die Buhu-Agelegenheit sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.